Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Max's Curse of Brotherhood. Wir befinden uns in Laternenkäfer. Ah, okay, das sind Laternenkäfer, also die uns die ganze Zeit da angreifen und das Leben schwer machen. Äh, und dann? Aua. Ich wurde von Luft niedergedrückt. Ja, aber was, was bringt das mir denn? Hätte das helfen können? Nee, das ist so. Aber ich glaube, ich kann das vielleicht dort irgendwie hinschieben oder so. Aber wenn... ...dann irgendwie anders. Ich würde gerne andersherum. Aber in die Richtung kann ich nicht. Nämlich gern so eine Öffnung halt, ne? Nein, 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 nein. Also entweder muss ich das, die wegschieben. Dass ich mich vielleicht hier unten drunter vergrieche. Und das denn so mache, dann kriegen sie mich hoffentlich nicht. Dann lassen sie mich hoffentlich in Ruhe, wenn ich hier durch bin. Ja, okay, gut. Scheint manchmal komplizierter, als es dann am Ende ist, ne? Na gut, wenn man auf die Lösung kommt, deckt man sich eh meistens so... Oh, bist du doof. Das wäre ja... Ich wollte gerade sagen, das wäre ja auch so ein ideales Versteck... ...für ein Auge. Aber das Auge ist auf der Seite. Ich habe ein bisschen zu spät reagiert, würde ich behaupten. Ich dachte, das hält stand. Ah, Hilfe. Ach, Gott sei Dank. So, jetzt gucken. Ob ich das da drauf schaffe, ne? Ja, sollte kein Problem sein. Dann kann ich mir nämlich das Auge holen. Guck mal, da oben ist jetzt auch so Dings. Ups, ey, geh weg. Nee, kann... Reicht nicht. Ah. Ah, das reicht. Muss ich nach oben? Bestimmt, oder? Aber wie mache ich denn das? Ach, warte. Ich habe eine Idee. Ja, ja, ich habe eine Idee. Ich gehe nochmal auf diesen Ast hier. So. Warte mal, nee. Ich mache das vielleicht mal ein bisschen anders. Das dürfte ja reichen. Ich muss ja nicht den Ast weiter dorthin. Ich muss ja mal gucken. Reicht ja super. Ah, Mann. Warum ist das so kurz? Ich weiß auch nicht, ob ich nach oben muss oder weiter nach unten. Dass ich da einfach ein bisschen mehr Strecke brauche. Ich dachte, das wäre ein bisschen länger. Ach, Mann. Weil ich dachte, ich hatte es nämlich eigentlich so gedacht, so hoch. Kann ich ja hier so ein bisschen ran und dann hoch und dann... Okay, ich muss nach unten. Gut, dann mache ich das anders. Darf ich das nochmal machen? Das ist wohl, wenn man es überhaupt hingekriegt hat. So, jetzt... Hier das Ding. So, in die Richtung. Bisschen Sprung holen noch. Genau. Dien das lediglich. Uah! Es hat gereicht. Bisschen knapp. Das ist ja auch nur ein Geheimnis. Oh. Danke. Danke dafür. Oh, ich habe mich noch nie so verarscht gefühlt. Also scheine ich ja irgendwie hier hin zu müssen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da hochkommen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist nicht viel. Das ist ja noch weniger. Ich komme da auch nicht irgendwie da hoch. Also hier so ran. Also hier so ran. Das klappt nicht. Ich kann mich auf jeden Fall hier mal so dran stellen. Dass ich vielleicht... Den ein bisschen in die Richtung mache. Oh, das wird ja wieder nichts. Kann ich direkt sagen. So wird's aber was. Nein! Nein! Oh! Oh! Hm. Was soll das? Oh, jetzt bist du endlich mal auf diesen blöden Ast drauf. Und bitte, bitte reicht es bis hier hin. Gott sei Dank. Gehen wir von dieser Stelle nur noch weg. Und wenn du fällst jetzt aus irgendeinem Grund runter, dann flippe ich aus. Das wäre wirklich wahnsinnig. Also wenn das Spiel weiß, wie man Leute foltert, dann mit dieser einen Stelle. Ah, als ob das noch nicht genug gewesen wäre. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich kann auf jeden Fall hier lang, aber da oben ist ein Auge, ne? Was finde ich da eigentlich? Oh! Kann hier drauf. Cool. Ah! Hm. Ich bin aber beinah schiefgegangen. Jetzt muss ich nur noch da unten durch. Nein, 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 nein! Naja, wenigstens habe ich das Auge, ne? Wenigstens zählt das. Boah, ey, diese Käfer. Die sind anstrengend. Ich war jetzt nur noch darauf, dass die Bestie irgendwann wieder auftaucht und mir noch das Leben zusätzlich schwer macht. Okay. Okay, wie komme ich da jetzt an dieses Auge ran? Warte mal, vielleicht. Okay, warte mal. Da sind auf jeden Fall schon mal ein paar. So. Nein! Oh! Was machst du? Dummheiten. Das machst du. Das war jetzt nicht so schlau. Ja, das könnte doch helfen, ha? Oh ne, die greifen mich ja trotzdem anscheinend an. Mann! Wie war ich denn das? Vielleicht so? Vielleicht so? Ich kann einfach so drauf springen, ha? So. Wie bringe ich das hin? Das weiß ich nicht, weil ich doof bin. Kann ich da... Nein, kann ich nicht. Das ist kein adäquater Schutz. Komm, vielleicht schnell, 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 schnell durch. Nein, ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht. Ich hab wenigstens schon mal das Auge. Lassen die mich da bitte in Ruhe. Das Auge hab ich. Ach, Mann. So. Da hab ich die schon mal so. Das Problem ist aber, dass es mir noch nicht so wirklich hilft. Ich hätte die gerne alle auf der anderen Seite. Ich hätte die gerne alle auf der... Irrenseite. Wie mach ich das? Wie mach ich das? Ich hätte die gerne alle hier, so in dem Bereich. Das wäre super. Das wäre optimal. Vielleicht kann ich ja sowas machen. Nein. Ich wollte mich drunter verkriechen. Hat gut funktioniert, wie ihr gesehen habt. Du bleibst schön dort. Bin ich so froh, dass man wenigstens das Auge nicht nochmal einsammeln muss. Dann kann man sich halt mal töten lassen. Ja, gut. Ich hab irgendwie vergessen. Jetzt muss ich mich mal gucken. Das war ja nicht so erfolgreich. Jetzt kommen wieder diese komischen Dinger da. So, komm ich ran. Ja, oder? Du. Kleiner. Ja. Ah! Ah! Wo lande ich? Ah, Gott sei Dank. Ich lande dort. Oh Gott. Ähm. Wie, 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 wie kann ich denn? Wollt ihr mich veralbern? Ich muss das da ein bisschen so hinschieben, ne? Damit ich da irgendwie ein bisschen mehr Fläche hab. Hallo? So, jetzt kann ich bestimmt von hinten schieben. Ja, okay. Hallo? Hallo? Warte. Jetzt. Oh, Gott sei Dank. Oh, Himmel. Oh, dieses Spiel. Das war mit dem letzten Nerv. Ja. 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 Mhm. 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 Hm. Und ein Teil ist da drauf Ich kann mich nicht mal fallen lassen Das Geheimnis habe ich hier schon Und alle Augen habe ich auch Das heißt, es ist so gut wie vorbei Dann würde ich nämlich sagen, dass ich nur noch dieses Kapitel beende Und dann den Schnitt setze Ich bin jetzt hier bei einer halben Stunde Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit ich wegschneiden werde Von dieser Hassstille Oh Mann Vielleicht Kann ich ja Das ein bisschen so machen Okay, aber ich komme nicht weiter Das ist mein Problem Nein Jetzt einfach kaputt machen Sollen und rennen Nein Oh, ein Ticken zu hoch Ein Ticken zu hoch Na Oh Diese kleinen Pixel Find the boat Ich mache das jetzt anders Vielleicht habe ich Danke So Jetzt dürfte es doch Passen Oh Gott Ich mag nicht mehr Ich mag nicht mehr Ich mag nicht mehr Ich mag nicht mehr Ich mag nicht mehr